Oh, Alarm, Alarm, herzlich willkommen zurück. Wir haben einen Bär vor der Tür stehen in der Experimental 1 und weiß der Däubel nicht was. Wenn ich jetzt die Tür aufmache, kommt er rein. Aber ich muss, sonst haut er uns gleich die Bude kaputt. Ich komme. Und, und? Oh, shit, und die Treppe rauf. Komm, lass mich die Treppe rauf. So, er steht unten drin und randaliert. Ich komme. Ist der im Haus? Ne, der ist doch nicht im Haus. Er war gerade kurz im Haus. Ja. Wo ist er jetzt hin? Wieder raus? Der ist weg, genau. Da, 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 da ist er, da, da ist der Zombie-Bär. Und er steht direkt vor der Tür. Warte mal, ich mach immer auf. Einmal kurz aufmachen, warte. Achtung, auf, Feuer, zu. Und ein Hund. Und ein Hund. Da tut mir die Reiche gebracht. Oh Mann. Dann kommen noch mehr, dann ist das eine Horde wahrscheinlich. Ach du Schande. Gibt es da auch unsere Viecher? Ja. Ich hole auch ein Zombie. Okay, ich mach nochmal. Ah ja, genau, hoch geht. Genau, genau, geh mal hoch. Das ist ja auch doof, das hier unten zu machen. Nur, dass die nicht reinkommen und uns irgendwas kaputt machen. Wird Zeit, dass wir eine stahlbewehrte Tür bekommen. Die sind um die Ecke gelaufen. Die sind jetzt auf der Seite. Auf der Seite. Der Bär ist tot, der Bär ist tot. Na, ich hab ja auch schon mehrmals drauf geschossen mit meinen Pfeilchen. Ach du liebe Zeit. Oh Gott, oh Gott. Agatha, die Puppe kotzt. Wo ist denn der Hund? Ist der auch da? Der ist tot. Sehr gut. Aber das sind garantiert noch mehr. Ich nehme erst mal den Bär auseinander. Ach du lieber. Das ist eine Tierhorde. Ach, hier oben sind auch mittlerweile wieder Pflanzen fertig geworden. Hier Kürbis und so weiter. Panik-Folgen-Start. Nicht zu fassen. Eigentlich wollten wir anfangen damit. Ach so, schön, dass ihr wieder da seid. Zahnschel und der Harzer. Hallo. Hallo. Ja, hallo auch. Hallo auch und so. Hier passieren Dinge. Es passieren Dinge. So, was wollte ich eigentlich machen? Eine Werkbank wollte ich bauen. Ich habe mir die Materialien alle schon ins Inventar gepackt. Und jetzt baue ich eine Werkbank. Ja. So, dauert sechs Minuten. Und dann kann ich ja in der Zwischenzeit hier oben auch mal ernten. Wenn jemand von euch mag, kann jemand von euch gucken, was wir für Samen haben und wieder pflanzen. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. So, Hopfen, Jucca, Goldrute, Kürbis. Hm, Kürbis. Wir haben leider kein Maismehl, oder? Wenn wir Maismehl haben, könnte ich Kürbiskuchen machen. Wehra-Samen, Avera-Samen, Hopfenblume. Nein, ich habe die jetzt hier unten reingemacht, die Samen. Sind da wieder welche drin? So, die Samen, die ich rausgekriegt habe, die pflanze ich jetzt schon mal wieder ein. Und dann könnt ihr den Rest gerne zu pflanzen. Und die alte Schem-Händen-Twitche sind auch keine Samen. Ja, weil die haben die ganze Kiste voll geklumpt. Darum habe ich jetzt den Kram da rausgenommen. Weißt du auch? Ja. Ja, ja, ja. Herzinfarkt. Manchmal passieren Dinge, ne? Manchmal passieren Dinge. Ja. Unverhofft kommt oft. Genau, unverhofft kommt oft. Ja, richtig. Ich habe jetzt zum Beispiel schon wieder Gammelfleisch und weiß nicht, wohin damit. Okay, alles klar. Ja, wer pflanzen mag, hier oben sind noch einige Beete frei. Habe ich denn jetzt weggepackt? So, hier wird noch gekocht. Ich habe ein paar Samen hier reingetan, die ich da gefunden hatte in anderen Kisten. Na, du kannst ja pflanzen. Ah. Nö. Warte mal. Wie, nö. Oh, es ist aber oben Platz. Das dauert doch, bis das richtig ist. Das ist der Rhone-Extrakt, habe ich gekriegt, vom Beeren. Ja. Mal den Rest erstmal ein. Gehen Sie doch ruhig mal pflanzen. So, ich gehe mal in die Gewerkbank. Dauert noch vier Minuten. Ich habe gerade im Haar zerschmackt. Sie sind verlorenfreundlich, aber wenn die ein paar Mal hintereinander auf und zu gehen, ist es dann doch etwas anstrengend. Ach, Hopfenblumen habe ich ja noch so. Die können auch noch da rein. Das geht nicht mehr so. Wer will denn hier abseits schlafen? Sunshine. Was? Ich will abseits schlafen? Ja. Guck mal hier unten. Du. Ich habe meinen Schlafsack irgendwo hingeschmissen. Es kam doch der Bär. Was soll dich tun? Stimmt, stimmt, stimmt. Ich habe schnell geguckt, wo die anderen sind. Einfach abgelegt und Ende. Im Gelände. Und so. So, ich werde mir jetzt mal ein paar Pfeile bauen. Braucht Pfeile. Sein Schein, ich wollte ja nochmal gucken, ob deine Haare jetzt in Ordnung sind. Nee. Vergiss es. Ich ziehe meine Kapuzeine. Sie sind immer noch grün. Ja, ja, ist, ist, doch. Nee, ich sehe nicht. Also, du hast ja bei mir die ganze Zeit noch auf. Ja, ich habe ja nicht ausgezogen. Hä? Ich werde den Wolken tun. Hä? Niemals nicht mache ich das. So. Keine Widersorgung. Ja, aber, aber ich bin doch, ich mag doch nicht grüne Haare haben. Muss ich mir eine Glatze machen. Gut. Nee. Ach. Eine grüne Glatze ist auch komisch. Wo sind denn jetzt wieder die Steine? Oh, jetzt bin ich die Steine nicht mehr. Wo sind sie hingesprungen? Ah, hier. Da, wo es gruschelig ist. Ah, ha, ha. Warte, ich gehe mal vor die Tür und ich gucke mal, ob meine Haare wieder nicht mehr grüßen sind. Ach. Beim Spicking. Grün. Das ist immer noch Freund. Oh je. Ja. Ah, jetzt habe ich nicht geguckt. Was denn? Den Helm. Wir gehen raus vor die Tür. Komm. Komm. Schnell. Ich gehe kurz meinen Hut aus. Das ist der Jason auch. Nee. Haha. Das ist die Junge. Das ist die Junge. Danke. Warte. Ah, nee. Die sind nicht mehr grün. Welche Farbe? Die sind nicht mehr grün. Nein, doch sind grün. Ach, nein, du bist verhebt. Nein. Das war so dunkel. Das sah so aus. Ja, ja, ja. Nein, ohne Mist. Nein. Ich habe doch gerade die Fackel eingemachen. Ohne noch die Haare abbrennen. Wollte gerade sagen, wolltest du dir noch die Haare abbrennen. Ah, herrlich. Ja, ganz hervorragend. Wir haben noch eine Quest, Leute. Zurück zum Händler. Wieso habe ich noch eine zu? Ach ja, zurück zum Händler. Das kann ich mal kurz machen. Während die Werkbank noch produziert und so. Wieso? Ich verstehe das Spiel nicht mehr. Was ist jetzt? Wieso? Zurück zum Händler. Ach so, die Nachtquest, gell? Ja, und ich glaube, ich habe sogar noch eine zweite Quest offen. Dann können wir die Werkbank aufsetzen. Ich habe kurz mit dem Harzer gerade überlegt, ob wir mal bei Grace vorbeigehen. Gruppe, Gruppe, schnell, bevor er was macht. Gruppe. Gruppe. Was ist mit der Puppe? Nun kann ich das auch abholen. Nein, wegen Erfahrungspunkten. Ja, Gruppe ist raus. Oh, ich habe noch nichts getan. Ich stehe nur beim Händler. Jetzt, jetzt. Darf ich jetzt noch mit dem Händler? Du denkst, du denkst, du bist ziemlich smart now, don't you? So, Fertigungszeitschriftenpaket. So. Ich nehme schon mal eine Aufgabe an, aber ich würde gleich mal gerne was anderes machen, aber ich gucke eben erst mal eine an. Äh, Zombies beseitigen bei der Macmillan Residence. Neuwaren ist noch eine. Ist die Macmillan Residence okay? Macmillan Residence? Äh. Okay, dann nehme ich sie einfach. So, und noch ein bisschen Munition. So. So, jetzt müsste aber alles abgegeben sein. Jo. Also, die offenen sind alle abgegeben. Das haben wir jetzt Schaden an. Doch, alles Käse. Ich nehme jetzt das. So, Werkbank ist auch fertig. Vergiss es. Ich will nichts mehr. So. Könnte ich denn eine Quest annehmen? Ich glaube. Aber ich verstehe. Ich kann keine mehr. Du kannst keine mehr? Ich habe gerade eine angenommen. Ja, das habe ich gesehen. Ein paar euch beiden. Ah, dann ist die von dir noch. Ich habe New Life Hope Cabin. Vergrabene Vorräte. Tresley Dwellers. Was ist das? Abholen. Sean's Shark. Und Ranger Station. Nicht schon wieder. Sean das Schaf. Ah. Was ist das? Das ist ein Schaf, was... Schaum, das Schaf. Das Schaumschaf. Das Schaumschlägerschaf. New Life Hope Cabin. Das kommt mir irgendwie bekannt. Aber wenn jemand möchte, ich weiß nicht, gucke ich, ich stelle jetzt die Werkbank auf. Wir haben ja das Material für die Tür vielleicht zu verbessern und noch ein bisschen hier aufzuwerten. Und da, der Bär hat auch ein bisschen was kaputt gemacht, dann kommt die nicht mehr so schnell rein. Wo willst du hin? Wo will ich hin? Achso. Nirgendwo. Unten die Werkbank aufsetzen. Ich war noch hier bei... Ja. Ich dachte, ich könnte das heimlich... Nichts da. Ich passe auf. So, mache ich aber nicht in die Nähe der Tür, sondern mache ich neben die Leiter. In die Ecke. Ja, also. So. Jawohl. Juhu. Ich gucke mal schnell rein. Äh. So. Wollt du was? Warum denn? Benutzen. Alte Laterne, brennendes Fass, Eisendoppeltür. Hm, hm, hm. Warte mal, ich könnte eine Eisentür bauen mit geschmiedetem Eisen. Dann können wir gleich eine Eisentür da draufsetzen. Ah. Mit zehn geschmiedetem Eisen. Warte mal, das gebe ich mal als erstes einen Auftrag. Dann kannst du sofort loslegen mit deinem Gedönsrad da. Moment. Äh. So, kannst loslegen. Ich würde sagen, wir brauchen ja sowieso noch ein bisschen geschmiedetes Eisen. Ich würde noch ein bisschen geschmiedetes Eisen schmieden. Ja. Ich mache mal noch ein bisschen. Äh, 100 Stück mache ich mal. Wir brauchen ja eh immer mal für alles Mögliche geschmiedetes Eisen, ne? Ah. Läuft. Läuft, läuft. So, das Eisen haben wir jetzt alles umbauen. Oder braucht man da ein Buch? Ich würde hier vielleicht... Ne, noch nicht. Äh. Ich würde hier vielleicht eine... Eine schöne Truhekiste daneben tun. Da können wir die Teile rein tun und so. Mache ich mal 80. Ich brauche ja nur... Keine Einwände. Wir haben jetzt übrigens knapp 6000 Dukes. Ah. Ich sehe das. Was bitte braucht man denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Habe ich schon gemacht? Elf Stück habe ich schon. Gut, gut. Hier steht Stufe 1, Quest, sieben von zehn. Drei, vier, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Naja, dann hast du noch drei bis zum Fahrrad. Aber ich habe schon zehn. Okay, gut. Haben wir schon gemacht? Abholen, säubern, 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 abholen, abholen, säubern. Kann ich die Tür haben? Oder ist die noch nicht fertig? Ja, da habe ich jetzt ja nicht geguckt. Patronenrösen suche ich. Hast du schon rausgenommen? Hä, wo ist denn die? Was? Ich habe keine Tür. Ich habe eine produziert, aber es ist keine im Ausgabefach. Lass mich mal gucken. Doch, da ist eine. Hä? Ach da. Hä? Ich habe falsch geguckt. Ah. So, jetzt sind wir ein bisschen sicherer. Ich hoffe, sie gefällt euch. Geil. Juhu. So, ich habe auch rundherum nochmal ein bisschen gepflastert. So, und du wolltest jetzt Munition herstellen, ne? Ich mache mal 500 Patronenhülsen. Ach so, bleiben wir mal. Okay, ein bisschen Geschossspitzen haben wir irgendwo rumfliegen, auf jeden Fall. Da habe ich, ja, da waren 50. Ich mache jetzt auch nochmal 50. Und dann brauchen wir ja noch Schießpulver. Schießpulver. Auch an der Werkbank, aber für mehr Aufwand als bei der Chemiestation. Die Chemiestation können wir aber noch, glaube ich, noch nicht bauen. Ne. Er geht aber auch an der Werkbank. Es kostet, glaube ich, nur mehr Material oder so. Warte mal, ich gucke mal. Ne, es geht auch im Rucksack auch. Zwei Kohle, zwei Nitrat. Ja, warte mal, aber es geht, glaube ich, auch an der Werkbank. An der Werkbank, wie viel kostet das bei dir in der Hosentasche? Zwei Kohle, zwei Nitrat. Ah, kostet es an der Werkbank auch. Das wird das gleiche Rezept sein. Na, eine Chemiestation kostet es halt die Hälfte. Da haben wir ja Nitrat. Da müssten wir auch genug von haben. Ich habe ja immer alles gesammelt und weggeschaufelt. Da müssten wir einiges haben. Ich habe auch die Leichen zerflattert. Da kommt ja auch Nitrat raus. Wer braucht denn welche Munition? Dann braucht doch jemand 9mm. 762. Na, ich brauche auch 7. 9mm, ja. Habe ich aber. Ich habe 132 Schuss erstmal. Das reicht für mich. Ja, vielleicht kann man ja gucken, dass man nicht zu viel... Wenn du 762 hast, Sunshine hatte auch was mit 762. Ich habe nur 762. Dann wäre es vielleicht günstig, wenn wir die herstellen, dass das für jeden passt. Würde ich sagen. Ja. Okay, hervorragend. So, und was ich jetzt vorhin noch sagen wollte, also zwischen allen Bestellungen. Ich hatte vorhin Sunshine mit dem Harzer Kutt überlegt, ob wir vielleicht manuell zu Grace gehen sollten, weil wir da einen Haufen Wildschweine erlegen können für Fleisch. Und dann auch mal das neue Modell von Grace zu sehen bekämen. Hm, das ist ja bei der Stufe 3, ne? Joa. Hast du ja schon in einen deiner Videos überlegt, da reinzugehen und zu dooten. Aber ich habe es noch nicht fertig geschaut. Ne, ich war nur am Anfang drin. Habe ein paar Schweine getötet und bin dann wieder gegangen. Na gut, dann sind die Schweine ja wahrscheinlich noch nicht wieder respawned. Na, es ist schon so viele Tage her, dass ich glaube schon. Meinst du? Aber ich bin nochmal überlegen, wo das war. Ich glaube, das war hinten am Turm vorbei und über den Berg irgendwie. Also es war auf jeden Fall nicht weit. Wir sind doch vorhin dran vorbeigelaufen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo das gewesen ist, dann weiß ich leider nicht mehr. Also ich meine, es wäre auf der anderen Straßenseite am Turm und dann über den Berg. Guck mal auf die Karte. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, ich mache mal gerade einen Wegpunkt. Warte mal. Grace, ich teile den mal gerade mit euch. Wegpunkt melden. Melden. Wie war denn das? Wegpunkt teilen. Moment. Guck mal auf der Karte. So hier. Hier. Das? Was? Ich bin schon da. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Was bitte wäre was? Ich habe einen Wegpunkt geteilt, ob das richtig ist. Ja, ja, doch. Doch. Das ist richtig. Ich bin schon da. Ich frage mich aber, wenn man einen Wegpunkt meldet, wo kommt denn die Meldung hin? Beim Server, bei mir wahrscheinlich. Also, da könnte ich dich melden und das kommt dann auf dich. Bitte melden sie dich. Genau, so ungefähr. Na ja, komm, dann machen wir uns auch mal auf den Weg. Warte mal, mache ich den Ofen hier so lange aus. Gehen wir, ich komme... Ich komme zu... Das Video funktioniert noch. Was denn? Was, ey? So. Zusanneschein. Wo ist sie denn? Da. Dann wird die Straße vor und rechts, links. Wo ist denn blau? Da. So. Ich wusste doch. Hier hinter der Hütte... Hinter der Hütte einen Berg rauf. Das ist nicht so weit genug. Ui, nur nicht abstürzen. Bein verstaucht. Ah. Oh wei, oh wei. Da habe ich extra diese Stoßdämpfer-Mod in den Stiefeln. Ich verstehe immer nicht, warum ich mich so schnell verletze. Trotzdem. Auch wenn es gar nicht hoch ist. Vielleicht hast du hier noch eine Schnellverletzungs-Mod drin. Um schneller verletzt zu sein. Oder eine Schnellbeleidigt-Mod. Ja. Ich muss mal gerade mein Rohr hier noch reparieren. Jetzt. Kommen denn da geflogen? Ach, tatsächlich. Ich denke jetzt, hör, wer kommt da geschwebt? Ein Zombie? Was ist da los? Nein. I am here. Wir folgen dir in jedwiges Ende. Du hast doch die Beise immer so gut im Kopf. Wo ist denn der Ding? Anfang? Irgendwo geht es in den Keller runter. Ja, meine ich ja. Wo war das? Ja, ich glaube, du bist richtig. Hier hinten, hier hinten, hier hinten. Da, hier irgendwo. Aber ich denke noch nicht, dass das wieder Respond ist. Na, werden wir sehen. Da müssten wir jetzt direkt relativ am Anfang. Aber ich bin auch nicht über den ersten Raum hinaus. Doch, doch. Hier ist ein Schweinchen. Aber ich töte keine Schweinchen. Gut, dann machen wir das. Die wollen aber uns, äh, die wollen uns sauber und so. Nein, die tun die nicht. Das ist ja verstanden. Äh, doch schon, die tun uns was. Doch. Es sagt, dass wir uns was tun. Warum denn? Dann ist das neu. Ne, das kenne ich auch von der anderen Version. Ne, Schweine. Die haben schon immer angegriffen. Ne, noch niemals nicht. Wir haben die nie was getan. Könnte ich jetzt auch nicht anders. Also ich kenne das hier angeguckt. Interessanterweise hat mich das nicht infizierte Schwein infiziert. Ach. Guck mal in die Pölnchen. Da ist es ja jetzt. Ne, wir sind nur in der Trappe. Hat keiner Honig dabei, oder? Ich habe keinen mitgenommen. Ne, Honig habe ich nicht dabei. Aber hier ist eine Küche. Vielleicht finden wir hier auch nicht. Okay. Gammelfleisch. Und zwei verbrannte Kortelette. Ja, hier liegen auch Pflastersteine und sowas rum, ne? Wurde ich nur mal sagen. Ja, ich habe Mais gekriegt. Ja, ja, hier gibt es ja die Mais. Achso, da war das kein... Dann ist das kein Pflasterstein, dann ist das hier... Ne, ne, diese bunten, viereckigen Dinger waren Pflastersteine. Achso. Aber Maiszeug brauchen wir ja auch zum Kochen und so. Ja. Können wir alles gebrauchen, die ganzen Säcke und Kram. Also Mais-Samen. Mais-Mehl. Ich habe Mais-Samen rausgekriegt. Eins und ein Stück. Und noch mehr. Überall Säcke. Kottchen, die armen Schweinchen. Schön, Bobo, ihr Kleinen. Schmecken gut. Hey. Mein Schwein. Hey. Das lebt ja noch. Das lebt ja noch. Guck mal, das hat geschlagen. Das hört sich an. Dick, 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 dick. Ich glaube, ich habe Power-Mais-Samen. Ich habe übrigens auch eine Info vom Schweinchen. Wirst du es nicht glauben. Auf jeden Fall alle Säcke wegschürfeln. Ich habe hier Super-Mais-Samen. Gibt es hier aus den Säcken. ein bisschen dieses abgesperrte Ding da rein, sicher, ne? Irgendwie. Ja, nee. Irgendwo. Abgesperrtes Ding. Nee, hier wurde auf derselben Etage, wo du auch bist. Aus den Säcken. Auf jeden Fall alle Säcke, bitte. Ah. Wegstapeln. Ich mache erst mal Picknick. So. Weiter geht's. Hallo? Ah, hier sind wir reingekommen? Übersehen natürlich schon wieder alles. Ein Blind. Hier auch das Zeug auf dem Boden, plastisch. Das ist eine Treppe rum, oder? Wie war das hier? Da geht's ne Treppe hoch, jawohl. Zack, die Bote. Ja, hallo? Hoch. Jetzt erschreckt mich doch nicht so. Holt schon die ganze Zeit mal das Jagdmesser beim Zombie ausprobieren. Geht gut. Aha. Oh, noch mehr Säcke. Wow. Da kann man ein riesiges Maisfeld anlegen. Ja, mega. Muss man heute wohl mal machen. Finde ich richtig gut. Gut, hier zum Looten lohnt sich auf jeden Fall die Bude. Und ja, tatsächlich. Tatsächlich so ein Schein. Da hatte ich die ganze Zeit überlegt. Aber jetzt, äh, zu dritt traue ich mich erst. Das Großprojekt. Da muss man auch irgendwo eine freie Fläche mal nehmen irgendwo und dann überall Pflanzkübe reinbauen, so in der Erde, also unten, so, dass wir drüber laufen können. Jetzt ist es besser. Nein, da kein Honig. Und, äh, ja, da kann man auch schön pflanzen. Ich habe 40 Maisamen. Das ist ganz toll. Das ist ganz hervorragend. Hallo? Ich hier bin. Frau hervorragend auch. Hä? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich weiß nicht, wo du hin bist. Hier. Jetzt wird die Tür dir aufgebrochen. Jetzt geht's nicht. Ich bin hinter dir. Die ganzen Schweine, Schweine. Hallo? Oh, die armen Babylines. Wo kommt man manchmal Türzung? Die schlafen, die macht nix. Ihr müsst denen nix tun. Hier steht aber selber das Gebiet. Achso. Nee. Nein. Das ist das falsche. Falsche Fjahre. Hopp, 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 der macht einfach hopp, der macht nix. Wir müssen hier drüber klettern. Oh nee, wir haben doch ja keine, äh, Mission. Nicht fahren. Aber wenn wir die haben, dann müssen wir die umlegen. Ja, dann ja. So, das war nicht. Ja, aber jetzt, die Mission lautet ja, Fleisch. Aber wir haben doch Fleisch. Wo muss ich denn jetzt hin? Ah, hier. Aha. Leute, ich erschrecke mich jedes Mal, wenn ihr da irgendwas... Ich muss mich verteidigen. Gegen ein Schlafendes Schwein, oder was? Genau. Oh. Ich wüsste es. Sehr traurig. Arme Babys. Ich esse nur noch Gemüse eintopft, so. Nix da. Ja. Wir nennen das Schwein einfach Gemüse. Gemüse ist in der Suppe. Da, hallo. Hallo. Da. Bin ganz... Ja. Wo seid ihr zu sich überhaupt? Hä? Wo seid ihr denn hier überhaupt? Dachboden. Äh, wie seid ihr da hingelaufen? Ähm. Okay. Treppe hoch. Jetzt. Jetzt bin ich über euch. Oh, nicht schlecht. Jason. Wir müssen aber wieder nach unten. Hallo. Komm runter. Ich habe keine Ahnung, wie ich zu euch komme. Warte mal. Äh, über hier. Über dieses vergammelte Dach. Aus dem Fenster raus. Ja. Dann so ein Stück runterspringen. Und hier irgendwo. Da. Hallo. Hier. Hallo. Hallo. Du bist an mir vorbei. Hier. Ah, hier. Alles klar. Danke. Ja, bitte. Aber. Ja, der haut. Da kommen zwei. Nö. Ja, Jason macht den Müssen mit Töten. Oh, jetzt habe ich Jason schon wieder gehauen. Ach, alles gut. Aber ich muss mal ein Verband nehmen, sonst bin ich tot. Schnell nehme ich den Verband. Schnell. Oha, ja. Habe ich dich so doll getroffen? Ähm, ich weiß nicht. Kann auch sein, dass ich vorher schon verletzt war. Ich habe da nicht so genau hingeguckt. Da drehst du. So doll gedrückt. Guck mal hier ein Mietzikatzem Bild. Ja. Kann man schon, ne? Oh. Aha. Randalierer. Randalierer. Wollen wir hier alles wegstapeln noch? Ah, hier ist Nitrat. Ich sehe nichts. Brauchen wir ja für Munition. Hallo. Ja. Gibt es hier Stoff? Gibt noch Kokolores. Boah, was Schönes. Besser Kokolores als Dolores. Ah. Oh. Oh, hier sind diese komischen Pflanzen. Ja, je nachdem, was meint ich. Im Chemielabor. Wo ist denn der Hahn zum Abdrehen? Hä? Der Hahn zum Mars. Ne, gibt doch irgendwie, das ist doch so eine Gefahrenquelle. Das müssen wir noch abdrehen können, das Gas hier. Das Feuer. Ja, ja, ja. Warte mal, wo ist das nicht? Alles leer? Ja. Warte mal, wir sind doch hier die, vielleicht hat es hier, äh, ja. Da ist oben so ein Hebel. Ah, hier, ja. Ja, stopp. Jetzt, jetzt richtig. Jetzt ist alles aus. Das Supermais. Ja. Geh mal rein. Tür ist verschlossen. Frechheit. Ah, da muss man von oben rein hopsen, gell? Hinter die Achtung. Kommt er denn her? Weg mit dem Kopf. Ja. Ab mit dem Kopf. Ja, ab mit dem Kopf. Ja, war in der Kiste der Wort drin. Supermais-Same und Rezept-Supermais-Same. Sehr schön. Soll ich das lernen? Äh, ich bin gerade am überlegen, was sinnvoll ist. Ich glaube, da gibt es nur das eine Ding, ne? Zum Lernen. Vielleicht heben wir es mal auf. Hä? Wie aufheben? Na, na, wenn du es jetzt gelernt hast und ich will es kochen, während du weg bist, ich glaube, das gibt es nicht nochmal. Ich bin mir aber nicht sicher. Wenn man ja die, 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 wenn es zurückgesetzt wird. Ach so, ja, okay, das stimmt ja. Ja, dann, äh, kriegst du aber auch von mir den Supermais und darfst ihn dann auch gleich kochen. Tee. Ja, dann kriegst du auch den Supermais. Viel Vergnügen. Der Supermais, mit dem kocht man nicht, Jason. Mit dem tut man nur Kleber herstellen. Echt? Das ist ja langweilig. Echt? Das ist ja langweilig. Ja. Ich dachte auch, man, äh, und jetzt, was ja ein Spezielles vielleicht kochen? Also nicht, dass ich wüsste, das sei denn, das ist neu. Den konnte man nur nehmen für Superkleber. Dann ist der ja gar nicht so super. Nö. Ja. Kacke-Mais. Mais, oder Mais, äh, die Außendinges, das wird eh nicht verdaut. Oh, hier geht's in den Keller runter. Das ist crazy. Wo seid ihr denn jetzt hin? Durch die Küche durch. Durch die Küche durch, jawohl, und jetzt geht's hier runter. Hurra, ich bin, ich bin die Erste. Ui. Warte, hier ist noch Zeug zum Wegschaufeln. Ich möchte das gerne alles mitnehmen. Die Maschine. Ich hab schon mal die Tür aufgemacht. Ich leuchte dir, Jason, weil ich seh nix. Wenn ich so meine Speer aus der Hand nehme, da ist es düsterkisch. So, hier oben ist ja auch noch, der Mais ist tot, ne? Okay, da komm ich jetzt auch runter. Ich hab Supermais abgebaut. Oh, hier ist eine Kiste. Was ist hier? Hallo. Meine. Nee, halt, das war nicht das Rezept zum Kochen, sondern für die Samen zum Herstellen. Das war das Buch. Okay. Die Frage ist, woraus stellt man die Samen her? Aus Supermaiskolben, aus fünf Stück. Also man stellt die Samen für Supermaiskolben aus Samen vom Supermais her, um dann Supermais zu züchten. Ja, genau. Also der Supermais, der ist quasi, glaub ich, für Kleber, ne? Für Klebstoff. Noch mehr ist der nicht. Ja, du kannst das doch. Wer hat denn den Supermais in der Tasche? Dann kann man ja auch rezeptieren. Ein mutierter Maiskolben, der unbedenklich genug aussieht, um ihn zu essen. Vermutlich kann auch verwendet werden. Und Kleber, Großvaters Aerosauce, Großvaters Mundschein und Großvaters. Ja, genau, dafür noch. Aber ansonsten braucht man das. Okay, weil Kleber kann man ja auch so. Da brauche ich jetzt kein Supermais. Ja. Das war auch vor, wie komisch. Hier, die Leichtlinie. Alle mitnehmen. Alle, ab der Main. Geh mal, schönes Zeug. Nitrat. Nitrat, ne? Genau. Unter anderem. Reicht man sich, was die hier veranstaltet haben, ne? Nee. Ich möchte das gar nicht wissen. Die löst hier in die Euter. Futter für die Schweine. Meinst du, es war Futter? Ach, päh. Bin noch mal ganz sicher. Na dann. Auf geht's zu Grace, zu Grace, zu Grace. Da bin ich sehr gespannt drauf. Moment. Wollen wir von hier? Warte, Jason, brauch noch. Warum habe ich da nichts zu trinken dabei? Egal, geht noch. So, was habe ich jetzt gegessen? Ähm, 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 wo seid ihr? Wo seid ihr? Ach, da. Durch das Wort. Ich bin schon runtergegangen, aber ich bin noch nicht so mutig. Ich habe eh noch meinen Speer. Also ich kann nicht schießen, ne? Ich sag's euch. Ich kann nur mit Fallen im Bogen. Ja gut, weil ich nehme mal zusätzlich das Maschinengewehr noch in die Hand. Gucken, ob das geladen ist. Nur für den Fall der Fälle. Das kriegen wir schon hin. Mit Bogen anschießen. So, wenn ihr alle runterkommt und wir uns hinknien. Oh, so süße. So, warte mal. Sieht doch genauso aus wie früher. So, und wir haben mal einen Bogen anvisieren. Eins. Zwei. Drei. 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 Ich bin eh schon infiziert. Aber. Sie brennt. Brenn, mein Mädchen. Brenn. Das gibt Geräuscher-Gulasch. Geräuscher-Gulasch? Geräuscher-Gulasch. Geräuscher. Jetzt bin ich tot. Ich bin tot. Warte, ich muss nachladen. Ich danke euch für eure Rettung. Verdammt. Deine Pfeile. Ich habe gerade nachladen müssen. Aber du kannst ja sagen, beim Rucksack spawnen. Da müsstest du ganz in der Nähe wieder da sein. Und die Infektion ist weg. Draußen. Oh, mein Knie habe ich. Ich habe schon noch Knie. Und ich habe EP verloren. Oh. Und hier draußen sind ganz viele Zombies. Wer kam noch mal auf, die da reinzugehen? Ich habe keine Ahnung. Ja, 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 ja. Wenn wir hier hochgehen, da sind ja auch noch mal etliche Kisten und so. Brauchen wir auch noch Platz. Ist nicht mehr auf mich schon los. Nicht mehr? Wir warten auf dich. Schaffen wir. Ich mache mal ganz leicht weg. 16 Meter weg. Können wir uns zur Not zu dir durchbuddeln. Wie viel Honig geht nur bis wenige Prozent? Wie viel geht bei Antibiotika? Ich bin schon bei 3,3 Prozent. 25. Das wäre eigentlich... Lass vielleicht mal die Matarzen noch da für Sunshine. Äh, hä? Ja, wenn ich runterspringe, sonst tue ich mich weh. Achso, na, wir fangen dich... Ne, wir stellen uns drunter. Kannst ja auf uns springen. Das ist doch kein Problem. Ach. Wo ging es jetzt um meinen Keller? Ach, Mann. Warte mal. Ich höre ich klein die ganze Zeit. Hier. Da. Da und da und da und dort. Ich mache mal die Tür wieder zu. Ich habe nämlich, äh, Zombies angelockt hinter mich. Mir. Mich. Die Polonaise. So. Tada. Juhu. Bin wieder da. So. Ja, mit meinem Kram. Warte, ich gehe runter. Oh, dafür bin ich jetzt gestorben. Äh, äh. War das nicht mal irgendwie so, dass man hinter so einem Verschlag rauskam und sich da antischen konnte? Eigentlich. Ja, kannst du normalerweise. Warum, warum jetzt wir woanders herkamen? Hm. Ja, da musst du durch den Stall gehen. Draußen. Ach so. Hm. Aber ich bin mal infektionslos, Jason. Hier ist der Hauptblut. Immerhin. Hier ist der Hauptblut. Ja, die Tür ist verschlossen. Da unten muss auch, ach hier. Jetzt ist sie offen. Oh, hat jemand Dietrich dabei und ist gut im Knacken? Äh. Sonst haben wir eine Kiste, die wir aufkloppen müssen. Moment, habe ich einen Dietrich? Hörbart. Ich habe keinen. Hallo? Dann werden wir gleich eine Kiste aufkloppen müssen. Dietrich habe ich, glaube ich, auch nicht. Warte mal, lass mich mal gucken. Ne, Dietrich habe ich leider nicht am Start. Gut, dann haben wir eine Kiste zum Aufkloppen noch. Hat einer, ähm. Ich bräuchte. Ach nee, ich habe hier so verbannt. Oh, weia. Liebe Zuschauer, ihr seid dann wieder mit dabei, wenn die Kiste aufgekloppt ist. Gibt es. Der Hanze hat mich gerettet. Juhu. Schöner wäre gewesen, wenn wir Sunshine auch retten hätten können, aber, ja. Vor allem, weil es besonders bitter ist, der ist vor kurzem nach tot. Hä? Der ist vor kurzem nach erledigt. Ah ja, das stimmt. Nachdem Sunshine umgegibt es. Ja. Ich musste den Revolver, der dauert zu lange zu nachladen. Ja, sehr bedauerlich. Ja. So, gleich haben wir es geschafft. Hau ruck. Zack. Und, was haben wir drin? Tools, da ist noch eine Schatzkarte, Patronengurt, äh, Mod. Ja, cool. Alles nicht schlecht. Auch dafür gut. Cool. Und Herausforderung, tötet Zombies abgeschlossen. Gute Sache. Dann mal raus aus dem Kabuff. Ja. Ich hätte fast gesagt, wir haben die Säubere-Quest noch direkt hier in der Nähe, aber ich, äh, wir sind ziemlich beladen, oder? Also, ich zumindest. Ja, ich auch. Gut. Dann, äh, hat es mich sehr gefreut, äh, dass wir hier gemeinsam Grace besucht haben. Ist nicht ganz so gut ausgegangen, aber am Ende haben wir es doch geschafft. Gut. Dann, äh, dann kommen wir jetzt auch ans Ende der Folge, während ich, ähm, die Frau mit den pinken Haaren verfolge. Und, äh, vielen Dank Sunshine, vielen Dank Harzer und liebe Zuschauer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Tschüss.